Herzlich Willkommen an der Universitätsbibliothek der Justus-Liebig-Universität Gießen. In diesem Video erfahren Sie Grundlegendes über die Literaturrecherche und Beschaffung. Wenn Sie bereits wissen, welche Literatur Sie benötigen, haben Sie es leicht. Nun müssen Sie lediglich recherchieren, wo sich die Titel befinden. Müssen Sie Informationen oder Literatur zu einem Thema erst noch zusammenstellen, können Sie in JustFind recherchieren. Dort finden Sie Nachweise von Zeitschriften, Büchern, Artikeln und anderen Medien. Vermutlich haben Sie für Ihre Recherchen in der Vergangenheit vor allem Suchmaschinen wie zum Beispiel Google benutzt. Für den Hochschulkontext reichen solche Internetrecherchen alleine jedoch nicht aus. Die Startseite der Universitätsbibliothek bietet Ihnen einen guten Einstieg. Über das zentrale Suchfeld von JustFind können Sie den lokalen Bestand abfragen und Artikel suchen. Bei Bedarf lassen sich weitere Recherchequellen wie zum Beispiel Datenbanken durchstöbern oder Semesterapparate auffinden. Manchmal finden Sie auch elektronische Ressourcen vor, die Sie innerhalb des Campusnetzes direkt aufrufen können. Von zu Hause aus benötigen Sie hierzu jedoch eine VPN-Verbindung. Oft gelangen Sie so bis zu den Volltexten. Sofern das Medium elektronisch nicht verfügbar ist, können Sie mithilfe der Signatur herausfinden, wo sich die Literatur befindet. Mit diesen Angaben können Sie sich auf den Weg in die Bibliothek machen. Üblicherweise dient die JLU-Chipkarte als Leserausweis. In den Bibliotheken erhalten Sie außerdem ein Passwort für Ihr Ausleihkonto. Mit diesem können Sie zum Beispiel Ihre Leihfrist verlängern und ausgeliehene Medien vormerken. Für Nichtstudierende kann jedoch auch ein eigenständiger Leserausweis erstellt werden. Unsere Übersichtspläne helfen Ihnen nun, den Weg zum richtigen Regal im Freihandbereich zu finden. Ausleihbare Bücher erkennen Sie an der grünen Signatur. Bücher mit roter Signatur gehören zum Präsenzbestand. Dadurch soll gewährleistet werden, dass stark nachgefragte Bücher stets vor Ort einsehbar sind. Eine erste Sichtung und Bewertung der gefundenen Literatur können Sie bequem in den verschiedenen Lesebereichen vornehmen. Einige Lehrende stellen die Literatur zu ihren Veranstaltungen in Semesterapparaten zusammen. Manchmal elektronisch, manchmal konventionell. Konventionelle Semesterapparate finden Sie in unseren Bibliotheken. Ein Teil der Bestände wird im Magazin gelagert. Dieser kann online oder per Leihschein bestellt werden. Sollten Sie Fragen zur Literaturrecherche haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Informationsticken gerne zur Verfügung. Hier erhalten Sie auch Fernleihscheine, Informationen zur Literaturverwaltung mit Citavi, zu Dokumenten-Lieferdiensten und vielem mehr. In der Regel können Sie Bücher und andere Medien für vier Wochen ausleihen und die Ausleihfrist bis zu dreimal verlängern, sofern die Medien nicht bereits vorgemerkt wurden. Ausführliche Informationen zu unseren Bibliotheken oder zur Literatursuche finden Sie auf unseren Internetseiten oder fragen Sie einfach an unserer Infotheke nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017